Der Deutsche Naturschutzbund NABU hat es schon immer gewusst, die Zahl der Vögel in Deutschland nimmt drastisch ab. Im Vergleich zu 1998 habe sich 2009 bereits ein Siebtel der Vogelschauer verabschiedet. Der Präsident sprach von einem regelrechten Vogelsterben. Problem, da es bis heute kein Einwohnermeldeamt für Vögel gibt, weiß niemand so genau, wie viele hier wirklich leben. Die meisten halten sich lieber im Verborgenen und schützen so ihre Brut. Der drastische Rückgang von einem Siebtel beweist angesichts der Vogelwildenzählung allenfalls, dass ein Vogelsterben frisches Wasser auf die Mühlen des NABU wäre. Nun ist seit dem Jahr 2009 einige Zeit vergangen und so gibt es Neues aus der Vogelwelt. Die Saatkrähen haben sie aufgrund des besonderen Schutzes, den sie dank der Tätigkeit der Naturschutzverbände genießen, fleißig vermehrt. Sie lieben es, die Nester der Singvögel zu plündern, werden die Nestlinge flügge, suchen die Krähen Parks und Kleingärten auf, um dort zarte Beute zu machen. Elstern haben sich vieler Orte auf Meisen spezialisiert als geschützte Art, zerhacken die Nesträuber genüsslich die jungen Piepmetze. Nein, lieber Naturschützer, die Dinge liegen nicht so, wie sie dem Publikum gerne weismachen wollen. Angeblich seien die Meisen, ich zitiere, durch die Elster eigentlich nicht gefährdet. In das kleine Loch eines Nistkastens können Elstern mit dem Schnabel nicht hineingreifen. Dann warten die Elstern halt, bis das Futter von alleine heraushüpft. Auch die Behauptung, die Meisen weichen aus und brüten an einer anderen Stelle, ist nur peinlich. Egal wo Sintvögel brüten, Elstern und Krähen können sie aufspüren. Gefahr droht nicht nur von oben, sondern auch von unten. In den letzten Jahren haben sich zwei perfekte Vogelräuber rasant vermehrt. Der Waschbär und der Marderhund. Als Neozon müssen sie hier keine natürlichen Feinde fürchten. Der Waschbär macht vor keinem Vogelnesthalt und holt sich Eier und Küken. Er zerstört die Gelege, der Boden, Baum und Gebäudebrüter. Aufgrund seiner ausgezeichneten Kletterkünste sucht er auch in Baumwipfeln und an steilen Felshängen nach Nahrung. Keine nutzt er Baumhöhlen und Horste von Greifvögeln. Weil er die Behausungen von Uhus liebt, sind deren Bruderfolge mau. Besonders viele dieser reizenden Kleinbären hausen nach Angaben des Naturschutzbundes rund um Kassel. Ich zitiere aus der Regionalpresse. In den Wohngebieten ist es still geworden, denn erstmals sind die Singvögel ausgeblieben. Über die Ursache kann nur spekuliert werden. Und schon spekuliert ein Experte. Die Nahrungsgrundlage ist schon schlechter geworden, weil die Bauern sehr erfolgreich sind im Bekämpfen der Insekten mit Pestiziden. Uns erwarte nun ein stummer Frühling. Nein, der Bauer spritzt nicht vor den Nistkästen in den Vorgärten. Aber da lauer der Waschbär. Dessen unseliges Treiben wird von erklärten Waschbären-Schützern noch gefördert. Nur am Rande. Aktuell gibt der Kleinbär der bedrohten europäischen Sumpfschildkröte den Rest. Stört niemanden. Zur Not waren es die Landwirte, die Dieselautos oder irgendein menschengemachter Klimawandel. Als Katastrophe entpuppte sich auch der Marderhund. Dazu der Kreisjägermeister von Stormann. Bei Vogelarten wie dem Schilfrohrsänger Giebitz und der Rohrdommel beispielsweise haben wir bereits einen starken Artenrückgang festgestellt. Das ist in jedem Fall mit der Ausbreitung des Marderhundes in Zusammenhang zu sehen. Zum Ausgleich sorgt er auf seine Weise für mehr Arten. Ich zitiere. Die Tiere sind stark von milden Zecken und anderen Parasiten befallen. Sie können Tollwut oder den Fuchsbandwurm übertragen. Wenn wir ein Tier erlegen, so der Kreisjägermeister, fassen wir es ausschließlich mit Handschuhen an und vergraben es möglichst tief. Doch die Naturschützer deuten die üblen Folgen für die Vogelwelt in Nahrungsmangel um, der wiederum die Folge des Insektensterbens sei. Ist es nicht schrecklich, wenn die vielen bunten Schmetterlinge verschwinden? Kürzlich rutschte der ARD eine politisch unkorrekte Meldung durch. So viele Schmetterlinge wie in diesem Sommer habe es lange nicht mehr gegeben. Verantwortlich dafür sei das schöne Wetter. Doch es will keine rechte Freude aufkommen. Denn warmes Wetter gilt als Folge des dämonischen Klimawandels, der zwangsläufig zum Artentod führt. Das Gros der Tiere dieser Welt sind aber Insekten. Und die sind wechselwarm. Je wärmer, desto krägler, desto schneller Wachstum und desto rasanter die Vermehrung. Woher kommt dann die Idee vom Massentod der Insekten? Aus Krefeld. Im tötigen Ohrbräucherbruch haben Aktivisten ein massives Insektensterben ausgemacht. Schuld seien die Landwirte. Doch die Daten zeigen ein peinliches Detail. Das sogenannte Insektensterben setzte erst ein, als die Region zum Naturschutzgebiet wurde. Auch andere Untersuchungen zeigen, dass dort, wo Landwirte Nahrung erzeugen, die meisten Insekten leben. Denn ohne Futter kein Wachstum. Wo gibt's die meisten Fliegen und Käfer? Da, wo der Mist liegt. Fäkalien sind Speisekammer und Kinderstube in einem. Nachdem die Gülle nicht mehr auf den Äckern ausgebracht werden soll, sondern in den Boden eingearbeitet wird, gibt's für die Insekten immer weniger zu naschen. Da bleibt dann die Windschutzscheibe sauber. Die Güllemenge nimmt seit Jahren kontinuierlich ab. Zusätzlich landet ein Teil unsinnigerweise in Biogasanlagen. Gleiches gilt für unsere Gewässer. Durch die Ringkanalisationen sind viele Seen so sauber, dass dem Plankton die Nährstoffe fehlen. Dadurch finden die Insekten kein Futter und damit gibt's für Mauer-, Segler- und Teichrohrsänger nix mehr zu schnabulieren. Sie verschwinden sang- und klanglos. Es ist der religiöse Eifer für eine saubere Umwelt, der einen stummen Frühling schafft. Als größtes Artensterben der Gegenwart gilt der weltweite Zusammenbruch der Amphibienbestände. Verantwortlich dafür sind infektiöse Batrachiochytrium-Pilze. Seit man die Erreger kennt und sich damit die These als Irrweg erwiesen hat, lurche Frösche und Kröten stürmen Pestiziden, herrscht in der Öffentlichkeit berete Stille. Als Hauptverbreiter der Seuche gelten Tierfreunde, die mit Amphibien handeln. Die Fachwelt spricht von in einer Apokalypse.